Du heisst Elisabeth? Willst du auch einen? Es ist jetzt aber nur noch vier B da. Danke. Goldfasan wie du darf nicht in eine gewöhnliche Büchse aschen. Goldfasan? Ja. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Das sehe ich genauso. Ein Spaziergang? Durch den Park? Damit ich meine Fehleinschätzung korrigieren kann?